Einwandes Zauberstab gefuchtel und kindische Hexereien wird es hier nicht geben. Was? Das wird es hier nicht geben? Ich bin im falschen Kurs. Äh, den wenigen Auserwählten unter euch, die die gewisse Veranlagung besitzen, die lehre ich in diesem Kurs, wie man B*** und gleichzeitig B*** mit einem B*** und dann B*** den ganzen Arm in B*** und dann richtig hart B*** und das alles ohne Gleitkrieg. Wie geil. Andere wiederum denken, sie hätten es nicht nötig. Das ist das Haus von Nicola. Meinem Punkt durchzufolgen. Jetzt pass doch mal auf, du Wieser. Oh, he he. Mr. Potter. Unsere neue Berühmtheit. Was will der von mir? Wer spielt den Film? Klein, aber schon durchgerammelt. Teil 37, die Hauptrolle. Oh, ich! Ich! Keine Ahnung. Nächster Versuch. Wo würdest du suchen, wenn das hieß, du solltest so einen Inferno-Dildo beschaffen? Äh, 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 ich weiß das, ich weiß das! Ich weiß sie jetzt echt nicht. Hm, aber sie sind es auch nicht so genau. Ich, ich, ich! Ach, warum nehmen sie nicht Hermine? Genau! Oh. Ich nehme niemals Mädchen. Ah, genau wie ich. Wo bin ich hin? Und dann mit mir sind denn. Ach, eins, schau!